TikTok soll verboten werden. Zumindest in den USA und zumindest nach einem Gesetzesentwurf, dem das Repräsentantenhaus vor kurzem zugestimmt hat. Präsident Joe Biden will dieses Gesetz unterstützen, sollte es vom Senat genehmigt werden. Dann wird der Mutterkonzern ByteDance gezwungen, die Plattform innerhalb eines halben Jahres zu verkaufen. Es geht mal wieder um das bekannte Problem. China habe Zugriff auf Millionen Daten, es geht um mögliche Spionage und um Desinformation. Auch hier zu uns ist diese Debatte rübergeschwappt. Deutsche Politiker fordern eine stärkere Regulierung von TikTok und erwägen sogar Verbote. Einer davon ist Roderich Kiesewetter von der CDU. Mit ihm spreche ich heute. Zuerst kläre ich aber mit TikTok-Experte Markus Bösch, wie berechtigt die Bedenken rund um TikTok sind. Und mit meinem Kollegen aus der Wirtschaft Alexander Wulfers rede ich zum Schluss darüber, warum die AfD so erfolgreich auf der Plattform ist und ob es richtig ist, dass auch die Bundesregierung bald mit einem eigenen Kanal an den Start geht. Heute ist Donnerstag, der 28. März. Mitgearbeitet haben Natsch Aborea und Katrin Jakob und ich bin Kathi Schneider. Schön, TikTok-Experte, lehrt an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und setzt sich in seinen Forschungen intensiv mit der Plattform und auch mit Desinformation auseinander. Hallo Herr Bösch. Einen schönen guten Tag. Herr Bösch, als TikTok-Experte und Hochschullehrer stehen Sie ja schon irgendwo zwischen der digitalen und der Bildungswelt, kann man sagen. Wie hat denn Ihre Faszination für TikTok angefangen? Oh, die hat begonnen, weil ich die Plattform schlicht und ergreifend nicht verstanden habe. Vor rund vier, fünf Jahren habe ich mich näher mit TikTok auseinandergesetzt und anders als bei den Vorgängerplattformen habe ich die Plattform schlicht und ergreifend überhaupt nicht verstanden und daraus ist quasi der Wunsch gewachsen, die Plattform besser zu verstehen oder besser verstehen zu wollen und ja, das versuche ich seitdem. Ja und genau deshalb reden wir jetzt auch miteinander. Wir setzen uns ja heute in der Folge mit dieser Verbotsdebatte auseinander, die ja mittlerweile auch so ein bisschen bei uns, aber vor allem in den USA ist das Verbot jetzt zuletzt wieder heiß diskutiert worden. Da scheint es diesmal ja ziemlich ernst zu werden. Sowohl Republikaner als auch Demokraten sehen die nationale Sicherheit Amerikas in Gefahr. Wie lauten denn aber eigentlich die konkreten Bedenken? Das ist eine sehr gute Frage, denn alles was es gibt, ist ein nicht geheimes Dokument im Moment zu einem Briefing und da stehen eigentlich keine neuen Informationen drin, sondern nur der bekannte Vorwurf der US-Regierung, dass die Kommunistische Partei Chinas halt eben über TikTok möglicherweise Zugriff auf Millionen amerikanischer Smartphones inklusive der sensiblen Daten habe und dann auch darüber hinaus die Öffentlichkeit mittels algorithmischer Steuerung manipulieren könne. Und was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Prinzipiell Bedenken sind sicherlich angebracht, allerdings nicht nur TikTok gegenüber, sondern allen anderen Plattformen, auch denen, die aus dem Silicon Valley kommen, in Bezug auf die Datensicherheit, in Bezug auf die Privatsphäre, in Bezug auf Desinformation. Allerdings sind die expliziten Vorwürfe an TikTok auch rein hypothetischer Natur, denn trotz der ganzen ja schon jahrelang anhaltenden Lösch- oder Verkaufsdebatte gibt es bislang keine Evidenz, obwohl eine wirkliche Armee von Tech-Journalistinnen und Tech-Journalisten in den USA danach suchen und eben ja auch die Republikaner und die Demokraten die Plattform verbieten lassen wollen. Aber bislang sind das, bis auf so singuläre Einzelfälle, die es bei allen anderen Plattformen gab, eher halt Hypothesen und hypothetische Bedrohungsszenarien. Eine Forschung aus dem Dezember, die zeigt, dass Themen, die Chinas kommunistische Partei, die ihr unangenehm sind, dass die auf TikTok seltener ausgespielt werden als auf anderen Plattformen. Wie sehen Sie denn die Balance zwischen Moderation und tatsächlicher Zensur auf TikTok? Sicherlich gibt es auf der Plattform Propaganda-Botschaften aus vielerlei Richtungen, aber durch generellen Druck und gesetzliche Regelungen, wie jetzt Beispiel in Europa auch durch den Digital Service Act, ist die Plattform inzwischen auch gezwungen dazu, mehr zu tun. Und die Plattform macht ja durchaus auch einiges. Zum einen gibt es eben diese 40.000 Moderatorinnen und Moderatoren und zudem hat die Plattform in ihrer jungen Geschichte auch wiederum auf Druck nachgebessert. Deswegen ist seit den ersten Vorwürfen auch eine ganze Menge passiert. Also beispielsweise dieses Projekt Texas, dass die Daten von amerikanischen Nutzerinnen und Nutzern in den USA liegen und von Oracle überwacht werden können. Das wird in der aktuellen Diskussion oft so ein bisschen ausgeblendet, dass da schon eine ganze Menge passiert ist. Sicherlich nicht genug, das kann man vielleicht auch direkt dazu sagen. Nicht genug, das heißt, was wären denn Ihre Vorschläge, was da noch mehr getan werden muss? Naja, da gibt es ein ganzes Paket, aber was am offensichtlichsten ist, ist, dass die Community-Richtlinien von TikTok eigentlich recht gut sind. Die gehen gegen Hassrede etc. vor. Es hapert nur sehr häufig mit der Umsetzung der eigenen Community-Richtlinien. Das ist vielfach belegt, dass Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel Videos mit der Stimme von Adolf Hitler gemeldet haben. Und dann kam als Rückmeldung vom Unternehmen, nö, das stelle jetzt keinen Verstoß gegen die Community-Guidelines dar. Und da gibt es sicherlich eine ganze Menge, wo man nachbessern kann und muss, auch wenn TikTok in der öffentlichen PR immer den Eindruck erweckt, als ob man da natürlich komplett hinterher wäre und alles im Blick habe. So hapert es da ganz sicherlich noch. Und ähnlich sieht es aus mit der Datenweitergabe beispielsweise an externe Forscherinnen und Forscher. Das ist inzwischen möglich, dass WissenschaftlerInnen sich quasi den Zugang zu TikToks Programmierschnittstelle, die können den beantragen. Daran geknüpft ist aber eine endlose Liste von Bedingungen. Und die Daten, die man dann letztendlich von TikTok selbst kriegt, spiegeln auch nicht das echte Geschehen auf der Plattform wieder. Das heißt, man kriegt irgendwie eine kleine Auswahl von unzähligen Variablen beispielsweise bereitgestellt. Das sind sicherlich alles Punkte, an denen ByteDance beziehungsweise TikTok nachbessern könnte und nachbessern sollte. Auf der anderen Seite wird den Amerikanern ja jetzt Protektionismus vorgeworfen. Glauben Sie, dass dieser Vorwurf Substanz hat? Naja, Protektionismus gab es schon immer und gibt es auch weiterhin. Was ich hier deutlich relevanter noch finde, ist halt dieses sehr starke, dieser Verfassungszusatz, das First Amendment, Freedom of Speech. Und da gab es auch in der jüngeren Historie, beispielsweise in den 60ern schon Gerichtsentscheidungen, die dann explizit festgestellt haben, dass US-amerikanische Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, sich selbst eine Meinung bilden zu können. Und das steht jetzt natürlich in einem Widerspruch zu diesen Propagandavorwürfen und dem Protektionismus. Das heißt, das wird sicherlich, wenn es soweit kommt, von Gerichten auf unterschiedlichen Instanzhöhen diskutiert und dann letztendlich entschieden werden. Joe Biden ist ja mittlerweile selbst auf TikTok, als er zum möglichen TikTok-Verbot beziehungsweise dem Gesetzesentwurf befragt wurde. Da hat er Folgendes gesagt. Also er will das Gesetz unterstützen. Jetzt stehen ja auch die Präsidentschaftswahlen kurz bevor und Kampagnen, das wissen wir, finden auch maßgeblich in sozialen Netzwerken statt. Wie wichtig ist es denn für Politiker, natürlich jetzt in den USA, aber auch grundsätzlich auf der Plattform stattzufinden? Es ist sicherlich zentral für Politikerinnen und Politiker in den USA, aber auch beispielsweise in Europa oder auch in Deutschland mit den anstehenden Landtagswahlen. Im Herbst und der Europawahl jetzt im Sommer ist es meiner Ansicht nach zentral, auf der Plattform zu sein. In den USA hat TikTok 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die auf dieser Plattform eben nicht nur tanzen oder lip-sinken, sondern diskutieren und dort auch ihren politischen Willensbildungsprozess vollziehen oder mitvollziehen. Und ähnlich ist es in Deutschland und deswegen wäre es meiner Ansicht nach absolut verschenkt in Deutschland, die 21 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von TikTok, die täglich zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden auf der Plattform verbringen im Durchschnitt, wenn man die eben nicht da ansprechen würde, wo sie halt auch selbst sind. Ja, jetzt ist diese Verbotsdebatte ja auch zu uns nach Deutschland rüber geschwappt. Mein nächster Gast, CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, der sagt, TikTok sei eine Gefahr für die Demokratie. Stimmt das? Naja, dann würde ich gern mal die konkrete Evidenz auch da wieder sehen, wo Herrn Kiesewetter das genau festmacht. Ich halte diese Aussage für populistisch, wahlkampfbedingt und letztlich weiß ich nicht, auf was das genau fußt. Ich halte es auch ein bisschen für schräg in Zeiten, in denen sich russische Spione problemlos über ein Mobiltelefon in geheime Calls von Generälen einwählen können. Halte ich es ein bisschen schief und krumm, wenn man jetzt auf TikTok als potenzielles Propagandatool oder Datenschutzproblem guckt. Das ist sicherlich nicht der bevorzugte Weg im Moment, für welchen Staat auch immer Daten abzugreifen. Okay, also aber nochmal zusammengefasst, Herr Bösch, TikTok ist keine Gefahr für die Demokratie. Das würden Sie nicht so sehen. In dieser Breite und Größe dieses Satzes, nein, das sehe ich nicht. Ich sehe, dass Plattformen generell Vor- und Nachteile mit sich bringen und ich sehe die Notwendigkeit, dass man auch weiterhin unter anderem auf der europäischen Ebene dank des Digital Service Actes TikTok als Plattform untersucht und dann auch reguliert. Aber eine Gefahr für die Demokratie kann ich um alles in der Welt hier nicht sehen. Ich sehe hier durchaus auch eine Chance für die Demokratie und die scheint, zumindest der Bundeskanzler und sein Gesundheitsminister, scheinen die im Moment ja auch zu sehen. Denn der eine ist schon auf TikTok und der andere hat angekündigt, dass er im April einen TikTok-Account starten möchte. Trotzdem bietet TikTok ja und das mutmaßlich auch mehr als andere Plattformen Raum für Desinformation. Damit beschäftigen Sie sich ja auch intensiv. Wie schätzen Sie denn die Rolle von TikTok im Kontext der Desinformationsverbreitung ein? Desinformation werden über alle medialen Ausspielwege verbreitet mit einer Täuschungsabsicht und mit ganz klaren Propagandazielen, unter anderem im Moment sehr stark durch die russische Seite. TikTok wird hier genutzt, weil sehr viele Nutzerinnen und Nutzer eben auf der Plattform sind. Wenn die nicht da wären, würde man TikTok auch nicht nutzen. Und natürlich werden hier auf TikTok eben auch Plattformspezifika genutzt, die auf TikTok gut funktionieren. Und da ist es jetzt nun mal so, dass TikTok die erste Plattform ist, die diese algorithmische Kuratierung in kompletter Vollständigkeit umgesetzt hat. Das heißt, hier verbreiten sich Informationen auch nochmal anders als auf den Plattformen vorher, wo man erstmal so einen sozialen Zirkel sich aufbauen musste und FollowerInnen generieren musste, damit überhaupt jemand die Information gesehen hat. Aber da haben alle anderen Plattformen ja inzwischen nachgezogen und egal, ob das YouTube oder Instagram sind, die sind ja ebenfalls inzwischen mit Reels und Shorts als TikTok-Kopie quasi Algorithmus getrieben. Und da gibt es ebenfalls Desinformationen. Da kann man jetzt TikTok nicht singulär rauspicken. Kommen wir nochmal so zu dem Anfang so ein bisschen unseres Gesprächs zurück. In den USA wird jetzt ein Verbot von TikTok erwogen. Der Gesetzentwurf, der muss noch den Senat passieren und dann dauert sowas ja auch, bis das in Kraft tritt. Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört natürlich, wie Sie dazu stehen, aber nochmal konkret nachgefragt. Wie beurteilen Sie ein Verbot von TikTok und natürlich auch hier bei uns die Debatte darum und eben auch darum, stärker zu regulieren? Ja, zunächst müsste man mal gucken, wer kann überhaupt wie in einem europäischen Setting, das ja ganz anders ist als ein US-amerikanisches Setting, wer kann hier TikTok überhaupt verbieten? Und wenn man es ein bisschen differenzierter betrachten möchte, dann finde ich es natürlich absolut sinnvoll, die Nutzung von TikTok in Parlamenten, in Geheimausschüssen, von mir aus auch bei Mitarbeitenden generell im politischen Bereich, das zu untersagen, dann sollte auf dem Telefon natürlich auch nicht nur nicht TikTok, sondern auch andere Plattformen nicht als App drauf sein, die auf das Mikrofon und die Kamera zugreifen. Das heißt aber meiner Ansicht nach nicht, dass die gleichen Plattformen nicht doch genutzt werden sollten, um hier den politischen Diskurs anzustoßen und zu führen mit Menschen, die nun mal im 21. Jahrhundert sehr viele Stunden ihres Tages auf genau diesen Plattformen verbringen. Das die Einschätzungen von TikTok-Experten Markus Bösch von der HAW in Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, schönen Tag noch. Eher eine Chance als eine Gefahr für die Demokratie, das sagt TikTok-Experte Markus Bösch. Ja, nicht nur Joe Biden ist seit kurzem auf TikTok, sondern auch deutsche Politiker bemühen sich darum, auf der Plattform stattzufinden. Revolution bei TikTok, heute geht es los, mein erster TikTok-Beitrag. Ich hab was vergessen. Ich bin jetzt auf TikTok. Rostbratwürste oder Schäufele? Gern beides. Ich würde gerne ein Stück Entenfleisch essen und dazu Rosenkohl mit Kartoffelpüree. Ja, von Karl Lauterbach bis Markus Söder und Friedrich Merz. Und auch die Bundesregierung will einen eigenen TikTok-Kanal starten. Das hat Kanzler Olaf Scholz angekündigt. Und das wohl auch, weil vor allem die AfD hier aktuell zumindest noch viel präsenter ist als manch andere Partei. Einen, den Sie jetzt hier in dieser Zusammenstellung nicht gehört haben, ist Roderich Kiesewetter, CDU-Politiker und Vize-Vorsitzender des Geheimdienstkontrollgremiums im Bundestag. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Herr Kiesewetter. Hallo, ich grüße Sie, Frau Schneider. Herr Kiesewetter, der Vorsitzende Ihrer Partei, Friedrich Merz, hat einen eigenen Kanal auf TikTok, Sie bisher nicht. Bleibt das auch so? Ja, das wird so bleiben. Ich halte das auch für sinnvoll, dass ich als Angehöriger einer sicherheitsempfindlichen Einrichtung des Deutschen Bundestages auf so ein Netzwerk verzichte. Und wie beurteilen Sie das, dass Friedrich Merz mit einem Kanal auf der Plattform vertreten ist? Das muss er selbst wissen. Genauso wie Minister Lauterbach und andere, die es tun. Ja, Sie haben TikTok zuletzt als Gefahr für unsere Demokratie und als wichtiges Instrument in der hybriden Kriegsführung Chinas und auch Russlands beschrieben. Könnten Sie mal konkret machen, welche Art von Desinformation oder Spionageaktivitäten Sie da beobachtet haben? Es sind ja zwei Bereiche. Das eine ist, wer TikTok auf seinem Handy hat, öffnet sein Mobiltelefon oder sein iPad dem chinesischen Staat, weil nicht nur das, was über TikTok geleitet wird, sondern sämtliche Dateien auf dem Handy für China zugänglich werden. Das berührt sicherlich nicht den Großteil der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, aber es berührt all diejenigen, die herausgehobene Position in Wirtschaft, Verwaltung und Politik haben. Damit sind sie Gläsern und alles, was sie an Adressdateien, an Bildern, an Mails, an Netzwerken gespeichert haben, ist dann für die KP Chinas zugänglich. Der zweite Aspekt ist etwas anderes. Da geht es eben darum, dass die Plattform selbst sich nur sehr selten gegen Desinformation und Falschinformationen einsetzt. Mir geht es nicht um ein generelles Verbot von TikTok, sondern für ein TikTok-Verbot auf Diensthandys und in sensiblen Bereichen, also auch bei Firmenhandys, einfach damit kein Wissen abfließt, damit keine Netzwerke abfließen. Aber es ist eben zweigeteilt. Der Zugriff Chinas auf Netzwerke, auf Informationen. Und das andere ist eben, dass TikTok durch die Art und Weise, wie es beispielsweise der AfD Zugänge ermöglicht, Querdenkern, Falschinformationen über Corona, Falschinformationen über den russischen verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, werden viele junge Leute unkritisch informiert. Und da TikTok oft deren einziges Medium ist, ist das auch ihre einzige Informationsquelle. Und das schadet dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich möchte nur mal kurz auf Ihre Datenschutzbedenken oder auch die Datenspeicherung zu sprechen kommen. TikTok hat ja Milliarden investiert, um Daten westlicher Nutzer in Texas und auch in Irland zu speichern. Und trotzdem haben Sie da weiterhin Bedenken, dass die chinesische Regierung da zu sehr darauf zugreifen kann? Auch wenn die Server in Deutschland stehen würden, hätte China ja Zugriff darauf. Ist ja eine Frage des Standorts, ist ja keine Frage des Zugriffs. Also mir geht es auch um, sag ich mal, digitale Bildung, dass diejenigen, die TikTok nutzen, eben wissen, gleich wo der Server ist. Und das hat trotzdem der chinesische Staat Zugriff. Umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Die Bundesrepublik Deutschland und andere Länder von EU und NATO sind natürlich in gewisser Weise auch froh, dass kritische Server Telegram und andere auf europäischem Boden sind, weil dies natürlich auch Zugriffe ermöglicht. Aber ich halte es für hochkritisch, sich gegenüber TikTok zu offenbaren. Das Gleiche gilt für Telegram. Sie haben jetzt also eine härtere Regulierung der Plattform befürwortet. Welche spezifischen Maßnahmen oder Gesetzesänderungen schlagen Sie denn vor, um die von Ihnen genannten Risiken zu reduzieren? Es steht natürlich allen frei, solange TikTok nicht grundsätzlich verboten ist, TikTok zu nutzen. Aber wir müssen eben sehr vorsichtig sein, dass hier auch Falschinformationen geleistet werden. Deswegen bin ich ein starker Anhänger einer Desinformations-Warn-App, wo eben die Bevölkerung informiert werden kann. Ähnlich wie bei einer Nina-Warn-App, was für Desinformationen unterwegs sind. Wir wollen ja nicht Zensur, aber wir wollen strategische Bildung und wir brauchen eine strategische Kultur, die die Sensibilisierung der Einzelnen, des Einzelnen, also dem Faktor Mensch, mit einbezieht. Dazu kommt, dass ein grundsätzliches Verbot dann nötig ist, wenn die App weiterhin keinerlei Einschränkungen zulässt und ein Werkzeug hybrider Informationsführung oder auch hybrider Kriegsführung wird, in dem eben bewusst spaltende Informationen in eine Gesellschaft über bestimmte Volksgruppen oder auch über das Vorgehen beispielsweise Russlands gegenüber der Ukraine oder Chinas gegenüber Taiwan verbreitet werden, die nicht den Tatsachen entsprechen. Und das bedarf natürlich schon einer viel besseren Bildung und die Regulierung, die möglich ist, zum Beispiel via EU-Besetz für digitale Dienste, den Digital Service Act. Da geht es ja um die Verpflichtung zur schnelleren Löschung von Falschinformationen, die Verpflichtung zur Löschung von illegalen Inhalten oder Gewalt. Aber das Problem ist halt, dass die Vorgaben auch umgesetzt werden müssen und wir oft ein Personalproblem haben, solche Dinge rasch zu erkennen und umzusetzen. Und Selbstverpflichtung der Firmen reicht da nicht aus, weil sie sich ja auch bisher daran nicht gehalten haben. Und falls aber eine schärfere Regulierung nicht umsetzbar ist, soll ja schon ein grundsätzliches Verbot von TikTok erwogen werden, oder? Das sagen Sie. Es soll erwogen werden. Es muss auch sorgfältig geprüft werden. Aber ich will es mal umdrehen. Ich halte es für ein völlig falsches Signal, dass jetzt die Bundesregierung auf TikTok präsenter sein will. Ich halte es auch für ein falsches Signal in die Bevölkerung. Es wäre viel nötiger, die breite Gesellschaft auf die Risiken dieser App hinzuweisen und nicht noch mehr User anregen zu wollen. Ich nenne das mal einfach so. Also was wir brauchen, ist sicherlich ein neues Sicherheitsverständnis in Deutschland, eine strategische Kultur. Und das A und O ist die Sensibilisierung der Einzelnen. Denn am Ende ist es ja der Faktor Mensch, das individuelle Fehlverhalten, das eben häufig Einfallstor für Cyberangriffe und für die Verbreitung von Desinformation ist. Und gerade mit Blick auf Firmen oder staatliche Einrichtungen, auch der Spionage. Wir haben, finde ich, viel zu viel Zeit verstreichen lassen und auch zu spät reagiert. Denn TikTok ist längst eine Plattform für autokratische Staaten geworden und auch für ausländische Einflüsse. Das ist ein zentraler Umschlagplatz für Desinformation und auch ein Netzwerk von Extremisten geworden, um weitere extreme Denkweisen an sich zu binden oder zu entwickeln und den Einfluss zu vergrößern. Dass dies explizit von der AfD genutzt wird, das möchte ich schon noch ergänzen, um die Reichweite zu vervielfachen, darf eben nicht verwundern. Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht ist darauf. Man hat einfach zu lange gewartet. Und wenn man hier einen Riegel vorschieben will, dann, glaube ich, ist der falsche Plan, jetzt auch als Bundesregierung darauf zu gehen. Und ich finde auch die Union, da gibt es natürlich auch Stimmen, dass auf keinen Fall kritisch über TikTok vor den Europawahlen gesprochen werden soll oder den Landtagswahlen. Ich sage, es ist gerade erst jetzt insbesondere wichtig, vor den Wahlen aufzuklären, was TikTok für ein Datenstaubsauger ist und was TikTok für einen Sturm an Fehlinformationen verbreitet. Da muss man schon arg aufpassen. Trotzdem ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass knapp 21 Millionen Menschen in Deutschland diese Plattform nutzen. Die Zahlen hat TikTok letztes Jahr im Oktober für Deutschland herausgegeben. Das heißt, viele junge Menschen, die bilden sich hier politisch und man darf diese Plattform dann ja auch nicht einfach so links liegen lassen oder ignorieren und vor allem der AfD da das Feld komplett überlassen, oder? Ja, aber es ist immer so, wenn sie Nachahmer sind oder jemandem folgen, werden sie nie an die Reichweiten der Originale stoßen. Deswegen ist es entscheidend, die AfD zu entlarven und deswegen bin ich ein Anhänger von einer Desinformationswaren-App oder aber auch von Posts über das, was auf TikTok verbreitet wird, aber nicht sich jetzt anzubiedern und zu versuchen, auch über TikTok in Sekunden schnipseln, junge Leute zu überzeugen. Die jungen Leute merken sehr rasch, ob jemand es ehrlich meint oder einfach andere kopiert. Und viel wichtiger ist es mir, wenn eine Frau Stark-Watzinger von Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf eine mögliche kriegerische Eskalation spricht, dass sie als Bundesbildungsministerin Warnhinweise hinsichtlich der Verbreitung von TikTok gibt. Aber ich halte es für unklug, jetzt einfach auch in diesen Topf zu springen. Wie stellen Sie sich denn die Zukunft der digitalen Gesetzgebung und auch der Sicherheitspolitik in Deutschland vor, um sowohl ja eben auch Freiheiten im Internet zu wahren, als auch die Sicherheit und die demokratische Integrität zu schützen? Nun, da gehe ich einfach mal in die nationale Sicherheitsstrategie und in den Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag ist noch die Rede davon, eine Überwachungsgesamtrechnung für die Bevölkerung zu machen, um der Bevölkerung zu sagen, wie viel Innenraum, Funküberwachung, G10-Maßnahmen, das ist der Artikel Grundgesetz, Artikel 10, wie viel Staatstrojaner eingesetzt werden und wie das über die Jahre immer weniger wird. Der große Fehler ist, dass wer eine Überwachungsgesamtrechnung macht, nicht die Grundvoraussetzung dafür, macht nämlich eine Bedrohungsgesamtrechnung. Wie ist die Bedrohung im Cyberraum? Wo kommen die meisten Fake News her? Welche Parteien machen sich zum Sprachrohr von China und Russland oder auch des Iran oder auch palästinensische Bewegungen, die Fake News verbreiten über Israel? Also dieser Punkt, diese Bedrohungsgesamtrechnung fehlt. Und in der nationalen Sicherheitsstrategie fehlen Vorkehrungen, Priorisierungen. Dazu kommt, dass in der Bundesregierung die Übermittlungsvorschriften der Nachrichtendienste, wir haben keine Geheimdienste, der Nachrichtendienste an die Polizeien und Staatsanwaltschaften ständig verschärft werden, sodass die Nachrichtendienste ihre Erkenntnisse nur unter größten Auflagen an die relevanten Sicherheitseinrichtungen bringen können. Wenn wir weiter diesen Weg gehen, können Sie noch so viele Digitalgesetze oder andere Lösungen anbieten. Wenn die Grundvoraussetzung nicht stimmt, wenn Sie das Hemd oben falsch einknüpfen, dann haben Sie unten keine Möglichkeit, Ihr Hemd sinnvoll zu schließen. Und da ist, glaube ich, der Kernpunkt, dass wir nicht die strategische Kultur, die Sensibilität haben, wie sehr unsere Freiheit bedroht ist. Popper hat mal gesagt, wenn die Toleranten den intoleranten Raum geben, schafft sich die Toleranz ab. Demokratien schaffen sich selbst ab. Diktaturen zerfallen. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie und müssen deshalb bestimmte Dinge regeln. Das bedeutet im digitalen Bereich, dass eben Anonymität reduziert wird, dass Verbreitungen von Lügen und Fake News bewertet werden und dass auch entsprechende Aufklärung erfolgt. Und dort, wo Gesetze verstoßen werden oder Gesetze überschritten werden, dass dort auch geahndet wird. Aber in vielem ist das ein rechtsfreier Raum und wird mit Informationsfreiheit und digitaler Freiheit und anderem verbrämt. Aber im Grunde genommen wird dort ein Raum für Desinformation geschaffen und für Verunsicherung. Und diese Sensibilität fehlt mir. Und wenn wir wieder beim Bild des Hemdes sind, die Koalition muss sich da neu verknöpfen und zunächst einmal mit einer Bedrohungsgesamtrechnung antreten. Die SPD folgt da den Vorschlägen der Union, aber sie tut sich sehr schwer, dies insbesondere mit den Liberalen umzusetzen, denen die bisherigen liberalen Regelungen immer noch nicht weit genug gehen. Und das ist eine Gefährdung unserer Freiheit. Vielen Dank, Roderich Kiesewetter, für das Gespräch. Danke, Frau Schneider. Danke für Ihr Interesse. Markus Bösch sagt, Bedenken sind gerechtfertigt, aber nicht nur bei TikTok, sondern auch bei anderen Plattformen. Desinformationen, die würden überall verbreitet werden. Roderich Kiesewetter von der CDU sagt dagegen, Junge Leute werden zu unkritisch informiert und TikTok setzte sich nur selten gegen Desinformation ein. Zum Schluss spreche ich jetzt noch kurz mit meinem Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion, Alexander Wulfers. Er hat sich auch viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Hi, Alex. Hallo. Alex, der CDU-Politiker Kiesewetter hat eben gesagt, dass China frei über die Daten von TikTok verfügen kann. Mein erster Gesprächspartner heute hat gesagt, Evidenz darüber gibt es jetzt nicht wirklich. Was ist denn jetzt wahr und was nicht? Evidenz gibt es tatsächlich dazu nicht. Zunächst mal ist TikTok ein privates Unternehmen. Es ist ein Tochterunternehmen eines anderen privaten Unternehmens, nämlich ByteDance. Und da hat zunächst mal die chinesische Regierung keine Kontrolle drüber. Aber letzten Endes sitzt das Unternehmen dann doch eben in Peking. TikTok hat sich sehr bemüht, deutlich zu machen, dass sie eben Daten europäischer und amerikanischer Nutzer nicht in China speichern, sondern in Irland und in Texas jeweils in Zukunft. Gleichzeitig ist das aber von außen alles sehr schwer zu beurteilen. Und der TikTok-Chef hat in einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongress schon mal einräumen müssen, dass tatsächlich durchaus er nicht ausschließen kann, dass auch Daten an ByteDance, also nach China, weitergegeben werden. In China wird der Algorithmus programmiert. Also lässt sich das womöglich gar nicht so wirklich ausschließen. TikTok beharrt darauf, dass sie das nicht tun, dass sie keine Daten weitergeben. Aber wie gesagt, ausschließen können sie es nicht, auch wenn es da bisher keine Beweise gibt, dass sie es tun. Ja, apropos Algorithmus. Welche Belege gibt es denn dafür, dass China in genau den Algorithmus von TikTok eingreift? Also es gibt da keine harten Beweise für. Es gab aber immer mal wieder Indizien, die darauf hindeuten, dass da irgendetwas nicht ganz koscher ist. Das ging von Inhalten, die eben aus irgendwelchen Gründen blockiert wurden, die den Chinesen nicht so genehm waren, von Nutzern, die dann auf einmal blockiert wurden. Es gab eine Studie vor kurzem, die TikTok sehr scharf kritisiert hat, wo sie sehr stark die Methodologie kritisiert haben, aber die ich eigentlich gar nicht so unüberzeugend fand, wo Forscher mal untersucht haben, wie stark sind eigentlich bestimmte Themen auf Instagram und auf TikTok vertreten. Also da geht es um das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Es geht um Hongkong, es geht um Tibet, die Uiguren, alles Themen, über die China lieber nicht sprechen möchte. Und da wurde sehr deutlich, dass da relativ zu anderen politischen Inhalten, die deutlich weniger auf TikTok präsent sind als auf Instagram, da hat TikTok dann unterschiedlichste Erklärungen für, aber die Unterschiede sind da schon sehr, sehr extrem. Und gleichzeitig muss man sagen, auch wenn es noch keine richtigen Beweise dafür gibt, dass das stattfindet, ist allein die Möglichkeit, dass es stattfinden könnte, nicht aus der Welt geschafft. Also wenn wir uns überlegen, wir würden wahrscheinlich auch keinen Fernsehsender, keinen deutschen Fernsehsender an ein chinesisches Unternehmen verkaufen lassen. Deutschland hat Russia Today verboten, weil es hier Propaganda verbreitet hat. Also man kann sich schon durchaus überlegen, will man ein Medienunternehmen, einen Medienkanal, der eine große Zahl junger Menschen erreicht, will man den einfach so unter dem Einfluss der chinesischen Regierung lassen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen näher noch auf Deutschland zu sprechen. Die AfD ist ja auf TikTok ziemlich präsent und auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Warum ist das denn eigentlich so? Damit hast du dich ja auch auseinandergesetzt. Ja genau, also das ist nochmal ein separates Thema. Zumindest gibt es keine Beweise, dass da die Chinesen in irgendeiner Weise für die AfD Einfluss nehmen. Das müssen sie aber anscheinend auch gar nicht, weil die AfD einfach es sehr gut herausbekommen hat, wie TikTok funktioniert und das sehr, sehr geschickt bespielt. Also sie waren einfach da schon viel früher präsent. Also wenn jetzt erst manche Spitzenpolitiker anfangen, sich auf diese App zu wagen, dann sieht man, da ist einiges nachzuholen. Übrigens nicht nur über offizielle Parteikanäle, sondern der offizielle Parteikanal der AfD wurde irgendwann mal gesperrt. Sie sind einfach mit privaten Kanälen, mit den Kanälen von irgendwelchen Fraktionen vertreten. Und die Videos, wenn man sich die so anguckt, dann sieht man, die verstehen schon sehr gut, wie diese Plattform funktioniert. Das ist eben nicht mal eben so spontan dahin gemacht. Auch wenn es manchmal so aussieht, das ist schon sehr, sehr gut durchdacht. Das ist eine sehr emotionale Ansprache, sehr nah dran an der Lebenswirklichkeit junger Menschen. Also wenn man sich Leute anguckt, wie den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, der ist da sehr erfolgreich auf TikTok, der spricht dann darüber, ja so klappt es auch mit der Freundin. Denn das ist dann was, was vielleicht junge Männer, die keine Freundin haben, sich fragen, warum eigentlich nicht. Die denken dann, oh, das hat vielleicht was damit zu tun, was die AfD mir hier erzählt. Das holt die in ihrer Lebenswirklichkeit ab. Das kann man sich bei manchen anderen Politikern nur schwer vorstellen, diese Themen. Es ist sehr emotionalisiert. Das ist bei populistischen Parteiprogrammen vielleicht auch manchmal ein bisschen einfacher, es stark emotional aufzuladen. Aber so kommen die AfD-Inhalte dann auch so in den TikTok-Algorithmus rein und werden da ganz gut ausgespielt. Ja, jetzt sagte Kiesewetter vorhin auch, es braucht eine Desinformationswarn-App und man solle sich da jetzt auch als Bundesregierung, das kritisiert ja ja auch, dass die Bundesregierung da ja bald auch auf TikTok stattfinden möchte, man solle sich da nicht anbiedern und nachahmen. Wie beurteilst du das denn? Naja, ich glaube, wenn es diesen Raum gibt und es gibt Studien darüber, dass zumindest in den USA 30% aller jungen Menschen Nachrichten, politische Inhalte von TikTok beziehen, das wird in Europa wahrscheinlich ähnlich sein. Wenn es diesen Raum gibt und man sich entscheidet, man möchte das nicht verbieten, dann kann man ihn, glaube ich, auch nicht der AfD überlassen, sondern dann ist dieses Forum da, dann wird die AfD das weiter bespielen und junge Menschen erreicht man dann vielleicht als demokratische Partei der Mitte einfach gar nicht mehr. Letzte Frage, Alex. Kiesewetter sagte auch, es sei eine Bedrohungsgesamtrechnung, die der Bundesregierung da aktuell noch fehlt. Stimmt das? Siehst du das auch so? Ja, es gibt schon einiges an Risiken, die da eine Rolle spielen, was TikTok betrifft. Also die Amerikaner gehen da ja deutlich Forscher vor, gerade auch wenn noch nicht so ganz klar ist, wie das weitergehen wird, ob das tatsächlich so kommen wird, dass dieses Gesetz verabschiedet wird. In Deutschland hat man einerseits ja in verschiedenen Institutionen schon TikTok für den öffentlichen Dienst untersagt, aber gleichzeitig im öffentlichen Raum ist dieses Risikobewusstsein vielleicht noch nicht so da. Also mir macht es schon Sorgen, was die Einflussmöglichkeiten der Chinesen angeht, sollte man, glaube ich, schon ernst nehmen. Vielen Dank, Alex, für deine Einschätzungen. Gerne. Einflussmöglichkeiten bereiten Sorgen, zumindest meinem Kollegen Alexander Wulfers. Auch wir als FAZ haben uns vor zwei Jahren dazu entschieden, auf TikTok dabei zu sein, weil wir auch da informieren und berichten wollen und müssen, wo sich die jüngere Zielgruppe aufhält. Die Einflussnahme von China, die behalten wir aber natürlich auch genau und kontinuierlich im Blick. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback zu diesem Thema und zu dieser Sendung an podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal schöne Osterfeiertage. Wir sind hier an dieser Stelle zurück, am kommenden Dienstag, den 2. April. Machen Sie es gut und bis bald. Machen Sie es gut und bis bald.